Okay, herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Wir sind fast am Ziel. Wir sind in Arsenal Gear. Wer den ersten Teil kennt, der wird diesen Raum kennen. Gut, wir sind nackt, das ist natürlich blöd. Okay, unser Ziel ist es jetzt, die Ausrüstung wieder zu kriegen. Und natürlich, Solaris zu stoppen. Ich musste bei der einen Sequenz fast so ein bisschen weinen. Das ist immer so mein Schwachpunkt, wenn Charaktere sterben. Sowas wie Emma oder so. Colonel, sind Sie unter Orders von den Patrioten? Ihr Rolle, das ist, Mission, ist zu infiltraten die Struktur und verabschieden die Terroristen. Mein Rolle? Warum immer sagen Sie das? Warum nicht? Das ist ein Typ von Rolle spielen, Spiel. Der Punkt ist, dass Sie aus Ihrer Rolle spielen. Und ich erwarte, dass Sie eine perfekte Leistung haben. Colonel, ich habe gerade etwas gehört. Was? Was? Dass ich dich nie in Person kennengelernt habe. Nicht einmal. Hm. Konflikte Ihre Mission, in der Simulation. Colonel, wer bist du? Keine Fragen mehr. Wir haben Rosemary. Was bedeutet das? Über und aus. Was war das? Was war das? Wir haben weder Waffen noch Ausrüstung. Das wird lustig. Wollen Sie? Raiden! Wollen die Spiele losz 십, jetzt mal ste Food. Was sagst du? Die Mission ist ein Verz masters. imaginary zu dich. Kut die Kraft, jetzt mal. Was ist mit dir? Wollen Sie das? Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, einfach wie immer. Du wirst sonst die Augen zu verbrechen. Was bist du denn? Was bist du denn? Raiden! Mal habe ich gerade die Freude geschahst. Wenn ich ins nelle Gehe nach Hause bin. Ich hatte ein paar Kilometer zu fahren. Ich sah mich auf und sah ein blöchiger Objekt in der Skye, nach dem Westen. Es war sehr irregulierend. Suddenly, es war intensiver Licht all around mich. Und wenn ich hier bin, bin ich nach Hause gekommen. Was denkst du mir? Huh? Fine. Vergiss es. Crazy, huh? Honestly, du hast das Spiel für lange Zeit gespielt. Hast du nichts anderes mit deinem Zeit? Wie hier einfach die 4th Wall gebrochen wird. Äh, die 4th Wall. Die 4th Wand. Egal. Wie hier der Spieler direkt adressiert wird. Genius. Just a Genius. Wer ist da? Wie hier ist es? Es ist so genial gemacht. Also sorry, man muss wirklich mal sagen, es ist so genial. Variety Level 13, Rescue Meryl, the return of Genola. Es ist alles so creepy, diese Musik, diese Dialoge, ach ich liebe diesen Teil des Spiels, weil man hier einfach sieht, wie das Virus oder dieser Wurm, den wir hochgeladen haben, so langsam alles zersetzt und das Spiel ein bisschen, ja, creepy wird einfach. Es wird einfach alles so ein bisschen zerfetzt. Genial. Kojima ist ein Genie. Ein Genie! Was hatten wir hier auf Snake? Ich sag's ja, es ist alles so verrückt. Jetzt ist der Radar kaputt. Es ist so genial, als ich das gespielt habe, dachte ich, das Spiel wäre kaputt. Präsident Bacon sollte irgendwo zu dem Süden sein, wo du durch die Wurde blistert. Hörst du ihn und schau ihn bevor die Terroristen herausfinden. Schau ihn. Ich dachte als Kind wirklich, holy shit, was passiert hier. Ich war richtig, ich war wirklich geschockt. Ich bin in der Tatooie in der Tatooie in der Tatooie in der Tatooie. Ich schaufe Geld für meine Ex-Winne für unsere Vivensettelung, unter anderem auch andere Bälle. Ich habe nur keine Wahl, aber du hast dich bezahlen für die Nachmittag den Tag, den Tag zu machen. Ich bin wirklich schuldig. Jack, es ist mir. Hi, Rose. Jack, ich schulde dir eine Entschuldigung. Wenn es um diese Konversation gerade jetzt ist, ich bin derjenige, dass ich mich entschuldige. Nein, es ist etwas anderes. Was ist es? Das Tag in der Federal Hall zwei Jahre vor, das war nicht eine Verwaltigung. Ich habe mich gehalten, um einen Augenblick auf dich zu halten. Ich habe einen Augenblick auf mich. Ja, von den Patrioten. Du bist ein Spie? Ich glaube, ja. Es ist eine dumme Worte. Du bist noch da? Du schlappst mit mir ein Teil der Arbeit? Ich bin in Liebe mit dir. Wie kann jemand... Ich kann nicht verletzen, was ich gemacht habe. Ich habe alle Details von deinem Leben zu ihnen diese zwei Jahre. Was du, du gesagt hast, alles. Das muss man Spaß haben. Aber ein paar Dinge, ich habe niemandem gesagt. Oh. Wie, was ich für dich fühle. Also, das ist warum du in diese Mission involviert hast. Ich sollte es wissen. Warum würde sie sonst einen Analyst in den mixen, in den letzten Minuten gehen? Ich bin sorry. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Keine Ahnung, wo ich gehe, ich verwendet habe. Ich habe mich reinventiert, um deinen Geschmack zu verwendet. Hairstyle, Kleid, wie ich bewegt, Dinge, die ich über gesprochen habe. Sie sagen, Sie lieben die Farbe meiner Haare, meine Augen. Sie sind sogar nicht reale. Sie müssen mich über meine Psych-Profil mit einem Schleuch-Kleuch. Es war mein Job. Great Performance. Sie haben mich komplett verletzt. Was ich wirklich wollte, war für Sie sehen das reale ich. Es war schwer zu spielen, diesen... Artificialen Romanz. Es war schwer zu lieben zu mir selbst, als zu dir. Je mehr Liebe du mir, je mehr es war. Weil ich wusste, die Person, die du liebst, war nur ein Charakter. Also war es Artificial auf meinem Seite. Es war nur ein Spiel, nicht die reale Sache. Oh, Jack. Ich fühle mich besser, wissen Sie das. Was? Ich war in Liebe, oder dachte ich war. Mit jemandem, die nicht existieren. Ich war versuchen, zu sein jemandem, ich war nicht, mit dem lieben, was nicht real ist. Ich weiß nicht, wer du wirklich bist. Die Person, die ich wusste, ist nicht real. Sie ist nicht die Frau, die ich zu sprechen. In einer Weise, die Dezeption war meine eigene. Nicht ihre. Jack, ich dachte, ich war, weil das mein Job war. Aber ich bin in Liebe mit dir. Das war nicht ein Akt. Sie erwartet, mich zu glauben? Oh. Es ist okay. Du hast deine Reasons, richtig? Hey. Ich verstehe. Aber ich habe nichts mehr für... Jack. Was? Ich... 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 Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? Twenty-five, according to Olga. Twenty-five? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. I'm not a big fan of Blades. Move the right analog stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Push it forward. You should be able to get it. Push it forward. I'm not going to be able to trade. But that's in the middle. He wants to run the weapon. Go. Turn your weapon. 10 minutes later. I will. Come. Go. 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 Das war's für heute. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake! What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No. It was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. And what are you and Otacon fighting for? A future. You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so were all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now. But there is something. What? The colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Die beste Waffe hier ist tatsächlich das Schwert. Ja, morgen. Okay. We need to do better. Aber das ist ein bisschen öfter was weh, dass Snake hier stirbt. Ich bin klar, wir wollen ihn irgendwie beschützen, aber... Bitsch. Get up, you motherfucker! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Come on, don't die on me Okay, geschafft! Huh What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI That's impossible The kernel probably isn't GW per se GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines The kernel is, in part, your own creation cobbled together from expectations and experience That's crazy! But it's probably the truth The virus may be starting to affect GW which would explain the kernel's behavior It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden Snake! What's happening around here? I don't know What I do know is that you're standing right here in front of me Not an illusion Flesh and blood Huh? It's your call You can drop this if you want No I can't do that Let's go Raiden They've got Rose What? Rose is being held in the holds It's a trap Help! Rose! Raiden Get a grip But Snake It's a trap Since the kernel doesn't exist there's no way he can take Rose hostage Yeah You're right I am right Okay Uh Does Rose exist? Don't be weird She's your What if I've never really met her? What? If the kernel is something that I partly dreamt up Then everything I remember about her could be Don't jump to conclusions You and Otacon are the ones that say the kernel never existed Raiden Is this what Olga was talking about? I'm not worried about her That's what I'm worried about What's going on? What is this? 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 Okay, nächste Runde. Let's go. Die Stoßabrache ist die beste. Sie ist schnell und unmittelbar und tödlich. Das ist nur ein Fake-Bildschirm. Da sieht man, wie der Spiel versucht, mit einem Spielchen zu spielen. Das ist nur ein Fake-Bildschirm. Also ich wollte mal sagen, dafür, dass das Schwert quasi zum Ende des Spiels erst introduced wurde, ist das Gameplay ziemlich smooth. Normalerweise ist das ja nicht so. Normalerweise ist es ein großes No-No, kurz vor Ende des Spiels neue Gameplay-Mechaniken einzusetzen. Aber das wäre das gut. Ja. 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 Jack, ich habe schon gesehen, wie du kämpfst. Es sieht aus, dass du das, was du zu töten hast. Oder ist es einer der S-3-Plan stolz? Was bist du? Es kam als eine komplette Überraschung, als Ocelot herauskommt die S-3-Data von GW. Nicht eine schlechte Idee, doch. Verwendet Feuer, um den Feuer zu kämpfen, um den perfekten Assassin zu retten, den Bruder Solid Snake. S-3 stands für Solid Snake Simulation. Es ist ein Programm der Entwicklung, um Artifiziell zu produzieren Solid Snake, der perfekte Warrior. Das Ergebnis ist ein Fockshound Kommando. Wenn der Fockshound nicht mehr existiert, ein Simulator Solid Snake, um den VR-Regimen simuliert. Sollst du jemanden, du kennst? Jack. Entschuldigung, dass du dich zu reduzieren, zu einer der Patriots-Puppets. Aber ich habe dich benutzt, und der Plan, auch. Du. Solid Snake's sudden appearance, dein Rival. Es war klar, dass die Patriots in meinen Rang waren. Ich musste den Agenten aus, bevor die Mission in der finalen Phase kam. Du kam in handy, als Bait. Jack. Jack. Those days, during the Civil War, were as real as they come. Every day was absolute. Split between life and death. You ran from it. And now, you've been led back to war by something less than real. No more games, Raiden. At least, you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die, as the little Jackie boy I once knew. You should die, you should die, you should die, Okay, wir müssen jetzt gegen Metal Gear kämpfen. Nicht nur gegen einen, sondern gegen... Alle? Gegen viele zumindest. Strategie ist simpel. Also wenn man's nicht so verkackt wie ich, dann ist die Strategie wirklich simpel. Genauso. Erst ans Bein, dann ins Maul. Das ist ein bisschen blöd, weil es ihr hergierst, und alle gleichzeitig abschießen. Okay, der eine ist fast tot. Let's go! Anna ist tot. So viele töten die möglich, ist das Ziel. Und am besten trifft man sie, wenn sie ihren Blazer bewirken. Denn Leidahs entmeveilt mir jetzt ziemlich schlecht im Nahkampf. Kommarein! 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 Fight! Ich könnte es den ganzen Tag machen, ohne Witz. Ich finde das ziemlich cool. Generell, die Boss-Kämpfe in Metal Gear sind... Ridiculous, wie gut vom Design her. Also, die Boss-Kämpfe haben im Laden... ...die Boss-Kämpfe haben mich auf die Besser-Kämpfe, mit einem Motivational-Kämpfe. Das geht aus und vielleicht mal auch mal. Also, das ist eine Witz der Besser-Kämpfe, die Boss-Kämpfe ist. Die Boss-Kämpfe hat mich besonders gut im Bett und ich habe wir mit dem Motivational-Kämpfe. Die Boss-Kämpfe hat mich besonders gut. Die Boss-Kämpfe hat mich etwas absolutterart, der sich in den Niemlichungen zu ändern. Aber mit drin, ich bin glaube ich das ein neues Auto-Kämpfe, Das war's schon. 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 Das war's schon.